Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Blumenecken in ihrem Goatbladde sind jetzt wieder richtige Rosenparadies. Mit vielen verschiedenen wunderschönen Sorten, die gartenfrisch in ihrer Goatbladde kommen. Von der Kanarischen Insel, von Süden von Frankreich, von Italien und aus Israel. Und so heben Ihnen die Rosen gut. Sie machen den Anschnitt schräg, aber immer mit einem scharfen Messer. Also nie die Schere benutzen, weil Sie hier sonst die Saftbahnen verletzen. Das Wasser darf 15 bis 20 Grad haben. Dazu nehmen Sie nach Holaflor-Schnittblumennahrung. Sie verhindern die Fühlnisbildung. Und jetzt können wir Ihnen eine Weltneuheit aus der Rosenzucht vorstellen. Die Mayandina Topfrose. Das ist die erste Rose für draussen und drinnen. In Ihrem Wohnzimmer macht es Ihnen bei hellem Standort die ganze Saison durch Freude. Aber auch vor dem Feister, auf dem Balkon und im Garten. Einfach immer dort, wo es hell und sonnig ist. Im Zimmer und auf dem Balkon ist es dann wichtig, dass man die Topfrose immer gut feucht hält. Und einmal in der Woche ein bisschen Holaflor-Flüssigdünger dazu gibt. Über Winter geht die neue Topfrose Mayandina genau wie eine gewöhnliche Gartenrose. Sie sehen, Gobe bringt auch bei den Blumen immer wieder interessante Neuigkeiten. Auch diesen Sommer sind die bequemen T-Shirts wieder gross in Mode. Bei Gobe finden Sie glatte T-Shirts für die ganze Familie. In verschiedenen Modellen und diversen Farben. Auch für Kinder mit lustigen Motiven in allen Grössen. Zwei Neuheiten für Ihre Haarpflecken gibt es jetzt bei Gobe. Silkiens Shampoo und Silkiens Pflegespülung. Beide sind selbstregulierend. Sie passen sich gezielt Ihrem Haar an. Das Ergebnis, gleichmässig sauberes pflecktes Haar mit zeitigem Glanz. So, und jetzt schalten wir um in die Studioküche zum Gobe-Rezept dieser Woche. Für das Rezept dieser Woche hat uns der Gobe-Metzger eine Kalbsbrust zum Füllen parat gemacht. Wir haben hier aus gehacktem Schweinsfleisch oder Brät in Milch eingeweichtem Weissbrot, einem Ei, Zeebeln und Peterli eine Füllung gemacht. Mit dieser Masse füllen wir jetzt die Kalbsbrust. Und nähen sie mit ein paar Stichen zusammen. In dieser Pfanne hier haben wir die Kalbsbrust ringsum anbroten, abgelöscht und sie etwa zwei Stunden zudeckt bei mittlerer Hitze zu schmoren. Das ist das Resultat. Die herrliche Kalbsbrust servieren wir zum Beispiel mit Haartöpfelstock oder mit Nudeln. Das Rezept finden Sie in der Gobe-Zeitung und ich wünsche Guten. So, wir danken Ihnen, dass Sie für uns Zeit gehabt haben. Achtet Sie jetzt bitte noch auf die Aktionen, die gerade kommen. Es sind alles Artikel, die Sie täglich brauchen können. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Gobe französische Weichkäse Caprice de Dieu statt 3,95 jetzt 13. Französische Weichkäse D'Artart 2 x 80 Gramm statt 3,60 jetzt 2,80. Hinterschinken per 100 Gramm nur 1,50. Topfrose Mailandina, Ei, Pflanzen nur 6,80. Und noch übermorgen und am Samstag 1,8 Deziliter schlagbarer Halbrahm statt 1,80, jetzt 1,50. Inländischer Kopfsalat per Stück nur 80 Gramm. Hier noch der aktuelle Preisschlager. Bei Gobe gibt es jetzt Damenstrumpfhose Clear für nur 4,90. Und Stützstrumpfhose Wellform für nur 7,90. Eine Pannenlampe fürs Auto mit drei Funktionen für nur 15 Franken. Auf Wiedersehen, bis nächste Mittwoche. Untertitelung des ZDF für funk, 2017